Franzi sagt immer, dass ich zu viel Zockung sage momentan. Aber es ist irgendwie auch geil, ne? Aber Zockung ist ein geiles Wort, muss man sagen. Ich denke auch, wir sind ja auch geile Zocker. Und dann wird da halt auch immer aufgezockt. Was ein wilder Zock hier. Wo, 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 da sagst du was? Ich denke, für den geil gezockten Zap. Ist ein Zocker. Abgezockt dabei. Kann man halt auch gut variieren, so. Muss man nicht immer das Gleiche sagen. So, Freunde. Was zocken wir jetzt hier, um den ersten schönen Win zu knacken, Leute? Ich spiele Nami. Der Brautsteiger Barsch, Leute. Es gibt ja erst kein T-Nami. Das habe ich voll vergessen. Du gewinnst Worlds und wählst den Namen jetzt, Lenskin. Wie, hallo, Hallösen. Junge, apropos Worlds-Gewinner. Hallo, Phil. Ja, ein bisschen so lukisch mit meinem besten Freund im Timo OTP. Ich darf ja kurz nachdenken, wer dein bester Freund ist. Ja, du, da wollte ich gar nicht nachdenken. Wie geht's dir? Ja, jetzt gerade zwei nicht so gute Runden gehabt. Aber jetzt kommt ja wieder eine Banger-Runde. Genau, da bin ich ja genau richtig. Ich stehe jetzt jetzt 2-2. Also das entscheidet jetzt alles quasi. Oh, wie der Tag sich so wendet, sagst du, ne? Ja, wir sind jetzt hier im fünften Spiel. Ich hatte gestern eine 7er-Losing-Streak. Also, was? Ja, ja. Aber eins habe ich gewonnen am Ende. Ja, das war gut, glaube ich. Ja, da konnte ich richtig schön schlummern dann. Krass. Was davon war 0-10-0-Poppy. Aber war nicht meine Schuld. Na gut, das kann ich verstehen. Wir müssen jetzt aber erstmal hier die Lane gewinnen, ne? Ja. Auch immer wichtig. Ich habe extra wieder Nami eingedockt. Nami Timo war ja krank. Ja, das gefällt mir. Ist wie die kurze Anivia-Nami-Zeit, die wir hatten. Da kann ich mich nicht daran erinnern. Wie, da hatte Johnny... Achso, ja, ja. Du Nami. Und dann hast du gesagt, boah, ich speed dich da jetzt wieder ab. Du machst eine Wall und dann bam. Crazy, ne? Ja, keine Ahnung, wo Graves ist. Ach, das war sogar der Top-Lane, Uli. Da war nicht mehr der Jungler, der Frechdachs. Oh, die Support Zoe, die ich da in Wäldet hat. Wann kannst du bitte einen W treffen, du geiler Typ? Okay, Jungle-Match-Up gegen Graves ist auf jeden Fall sehr nice, muss ich sagen. Das ist eins der Besten sogar mit. Gibt auch gut, wir wollen hier gerade krass old-int. Der Graves war auch schon Bot-Side, der macht noch Crux wahrscheinlich. Und Korki ist auch immer noch so busted, ey. Kommt da unten? Wir können nicht vor mir rufen, wir haben keine Prio. Du musst, glaube ich, Ripp muss rausflaschen. Nee, 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 nee. Flash habe ich ja nicht mehr. Move einfach nach oben, aber contesten können wir es nicht, nee. Nee, 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 nee. Das war ja völlig dumm. Der hatte, glaube ich, nicht auf dem Schirm, dass die Zoe noch moved. Gerade. Wenn wir gleich einen ganz ekligen Freeze vor uns haben, weil er das jetzt aus irgendeinem Grund noch pushen wollte. Ja, noch eine wird schwierig, mein Freund. Das sage ich ehrlich. Kriegt ihr hin. Mhm. Ihr schafft das. Einfach ganz dolle anstrengend. Ich hau da so doll drauf. Ich habe das Gefühl, der Zoe ist sauer. Ja, der ist sauer. Der reiht nicht so ganz, wie das mit Prius und so funktioniert, glaube ich. Was hältst du hier von so saftigen Void-Grubs? Ich bin gerade schon am Moven. Ja, weil der Graves movt jetzt gleich im River runter. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit für den Push-Kolle. Dann würde ich den jetzt fighten wollen. Ich glaube, der weiß das, oder? Der riecht auf jeden Fall. Aber der Atox versaut es auch einfach, ne? Ja, ja. Schön, und jetzt habt ihr die Post. Geil. Du musst leider langsam Bot-Laden, ne? Ja, ich denke, du kannst jetzt einmal wieder runter. Ich glaube nicht mehr, dass die contesten. Wenn der da nämlich stirbt, ist, glaube ich, das Game mental vorbei. Du bekommst gleich eh eine Fresse, Gin, und dann bist du tot. Also, das ist wirklich der dümmste AD-Carry, den ich je gesehen habe. Das ist doof, halt. Ja, der ist an deinem Crack hier. Kommt mal nicht. Ja, ich gönne mir sein Top-Set dafür. Ich kriege sogar noch Blue-Waffen mit. Weißt du, was bei Malignance genervt wurde? Wurde das diesem Patch genervt? Wurde das genervt? Ich weiß gar nicht. Bei mir wurde geschrieben, Malignance ist sehr genervt aktuell. Sonst geht es halt bei Juntal, Timo, ne? Ja, das Item ist ja momentan super broken anscheinend, ne? Von ultra schlecht zu hat niemand gebaut, zu super stark baut jeder. Sehr langsames Game irgendwie. Ja, das baut sich hier auf. Aber das ist, ich bin damit happy. So, Grump hat er ja gemacht, okay. Hat er Wölfe auch gemacht? Ah, der Frichtachs. Sag ich, ich mach mal so einen Mitte-Gang. Einfach mal schauen, was geht. Wunderschön. Starke Sache. Vielleicht könnte ihm dann gegen kommen, ja. Er schafft es im Jump. Oh, er ist ein starker Macher. Er ist ein Zocker. Der Top-Lay ist wie das Uli-Phänomen. Jeder Uli ist gefeedelt, ne? Hm, wir haben auch das Problem, dass wir keine Prior haben und du da im gegnerischen Jungle rumrennst. Ja, ihr musst ja wegrennen, ne? Hm. Also genau genommen bin ich reingerannt und musste dann wegrennen. Aber, ja, Uli aber auch broken, ne? Ist irgendwie, weiß ich nicht. Das Game fühlt sich für mich bisher sehr beschissen an. Oh, aber unser Mitglieder ist ein Zocker. Ja. Der Skin sieht auch krank aus, Alter. Von dem Yasuo, oder? Ja. Der hat keine Ult, ne? Ich weiß nicht, ob wir das spielen können. Ja, doch. Klar. Also ich habe jetzt ein bisschen Zeit, ne? Ja, die Zoe ist hier jetzt schon da, ne? Ja, die hat Flash. Die hat Flash auf W. Ich laufe da jetzt halt gleich rein und da kriege ich hier so eine Bubble ins Gesicht. Wenn hier vor ist, dann war ich Arsch, ne? Also ich nicht, du schon, ja. Erster Schwimmat getroffen, Uli von oben. Einen haben wir, nach unten kiten. Ich würde gar nicht verlassen wollen hier. Ich sehe leider nichts. Ja, Augen auf. Im Straßenverkehr, ganz wichtig. Kommt eine fette Annie. Okay, der Uli Graveslow, der kommt nicht mehr ran. Ich hätte irgendwie... Sechster Voidcrups secured. Wir müssen eigentlich gar nicht weitermachen. Es sah so saftig aus irgendwie. Da wäre doch, glaube ich, noch mehr drin gewesen. Oh, ich bin gleich da. Ich habe noch einen Heal. Wer ist tot? Ist er? Ja. Jawoll, Shutdown. Boah, das war eine wilde Zockung. War ein Zock, oder? Franzi sagt immer, dass ich zu viel Zockung sage momentan. Aber es ist irgendwie auch geil, ne? Aber Zockung ist ein geiles Wort, muss man sagen. Ich denke auch, wir sind ja auch geile Zocker. Und dann wird da halt auch immer aufgezockt. Was ein wilder Zock hier. Wo, 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 da sagst du was? Ich denke, für den geil gezockten Zapp. Ist ein Zocker. Abgezockt, aber auch. Kann man halt auch gut variieren so. Muss man nicht immer das Gleiche sagen. Ich fühle mich heute zockrig. Der Yasuo ist zum Glück auch ein Zocker. Ich gehe gleich mit einer Elo-Welle. Aber auch mal nicht. Ich muss hier erstmal wieder raus. Ich bin wirklich gar kein Fan von dem Jhin. Aber er, glaube ich, von mir auch nicht. Also es gleicht sich schon irgendwo aus. Ja, lass dich von jedem Q treffen. Macht echt Sinn. Cool. Ah, ich bin auch tot. Wir beide lassen uns hier unten scheiden. Ich glaube, ich gehe auf eine große Reise. Oh, das ist wirklich alles ein Debakel hier. Warum flashe ich da überhaupt noch? Oh, ich mache hier einfach mal einen Harry. Ich drive hier Mitte rein. Ja, wo dir das Bot. Guck dir mal den Drive jetzt an hier. Das wird ein richtig geiler Drive. Zack, hier durch. Und dann hier lang. Ja, ja, ja. Ist ja verrückt. Ja, ja, ja. Das ist verrückt. Und jetzt? Nee, irgendwie sind... Also ich respektiere deine Entscheidung, da rein zu drücken. Das war schon irgendwie ein bisschen scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh fuck. Ich bin kurz aus dem Busch gelaufen. Ich verstehe hier einige Sachen nicht, Phil. Ja, das sieht hier nach einer schweren Zockung aus, ey. Oh nee, oder? Oh doch. Oh nee. Ich sehe nichts. Oh nee. Ich komme da aber noch mit rein. Ich komme da noch mit rein. Wir müssen das zocken, glaube ich. Jetzt bin ich tot. Quarki keine W mehr. Ist hier getrappt. Ich glaube nicht, dass wir das machen können. Doch, 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 doch. Der trifft euch keine W. Das wäre eine Windwall. Das wäre eine Windwall-Klasse gewesen. Ja, sieh mal einer an. Shutdown eingefahren. Sehr geile Nummer. Ich habe jetzt auch mein Mandate. Ich glaube, wir können hier drin einfach mal so einen geilen Camp ausführen. Lachen wir mal rauf. Und dann hier mit der Welle. Das wird eine geile Welle. Das wird eine geile Welle. Die perfekte Welle, würde ich fast sagen. Das ist die perfekte Welle. Ich habe noch eine E für dich gleich. Zack. Oh, ist das ein Baron? Der spawnt genau jetzt. Der macht aber sehr wenig DPS leider. Ja, ja, ja. Obwohl, wir haben Yasuo. Und Aatrox macht auch noch Schaden. Der wird aber contesten kommen, ne? Wie machen wir denn das? Ich kann den nicht wirklich weghalten. Doch, doch. Du läufst einfach auf den rauf, lässt dich zweimal autotacken, bist dann tot und... Okay, Hilfe. Ja, jetzt brauchst du dich nicht mehr autotacken lassen. Danke, Mann. Das hätte ich als Masterspieler nicht gewusst. Danke für den Rat. So, was willst du noch haben? Willst du einen Adeln? Willst du einen Stuff? Lieber einen Stuff, oder? Stuff, Stuff ist gut, Stuff ist gut. Und ist der, alles ist möglich Donnerstag? Boah, alles ist möglich Donnerstag? Ja, sogar so eine 10er Windstreak in der Phil und Philly-Dukio. Boah, das ist Wunderbärchen. Oh, guck mal hier. Ich halte Baron Buff auf dem Mittel. Hier wird hart einer aufgezockt. Ja. Alter, die Welle hat komplett geschallert. Ja. Warum verlieren wir das? Weiß ich nicht. Weil das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Ich habe fast die heilige Dreieinigkeit an Items. Wenn ich die habe, ist immer Free Win auf Timo. Ja? Wenn ich Nashers, Mejais und Malignants habe, dann ist wirklich... Puh. Alter. Oh, Leuchtt, ich kenne die Zoe da gleich hin vielleicht. Weiß ich gar nicht. Was? Er wollte, dass der ja so draufultiert auf den Knocker, aber der hat keinen Ult up gehabt. Und welcher Dämonen ist in ihm denn gerade explodiert? Der ist hier gerade auf dem roten Verstärkungszauber drauf. Ich bin zu spät dafür. Wir haben schon drei Drakes. Das ist auch auf der Haben-Seite auf jeden Fall. Mhm. Dieser Yasu-Skin ist einfach so viel einfach. Und ich habe den Uli ja wirklich da so chasen müssen. Das sieht mir nicht nach so einem guten Player aus. Ja, Uli chasen ist immer so eine Sache, ne? Ich bin so am drücken hier. Du glaubst das gar nicht. Die Mates sind da gut am Rein-Inten. Was ist das jetzt? Vom Nash? Von so einem Tuman-Ner? Ich glaube, das schaffen wir nicht. Nee. Ich halte drauf, ich halte drauf. Nice. Hätte ich sogar überleben können, wenn ich die letzte Rakete dodge... Oh, der Pilz. Wie viel Damage macht der? 500, 600, 650, 700 zum Ersten. Jetzt ist der Barrel leider gone, ne? Boah, die sind jetzt sehr fett, ne? Hält mir, was der Yasu da macht. Ja, wirklich gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber nur Flash. Pass auf die sind da alle, ne? Hey, das lässt sich sehen. Und hat meine Adrox Angst von der Zoe Support? Okay, mehr kriege ich da nicht raus. Oh, die ist fast tot. Zwei Pilze? Wait, die stirbt vielleicht sogar. Ja, komm, hol sie dir. Jawoll, das könnte Drake sein. Ich glaube, die will Flashen, die. Ah, nee. Oh, der Udia. Der Udia kriegt halt auch einfach null Damage, ne? Ich glaube, ich dead. Der hat nicht ein offensives Item, by the way. Das ist... gruselig. Völlig gruselig. Ich bin leider... Boah, das wird nicht gut. Oh, doch! Oh, Double Knockup! Zocker, zocker, die beiden! Oh, der Udia. Jetzt hör auf! Der Udia sieht krank aus, ne? Also, Udia ist wirklich... Das ist auch so ein Angel Champ. Nee, ist eher ein Phil Champ, tatsächlich. Nee, ich glaube, es ist ein Angel Champ. Oh, der ist in den Pilz rein? Guck dir das mal an. Der läuft durch uns alle durch. Der klingt die nette. Also, das ist ja schon wirklich künftig, was da gerade passiert. Da ist es immerhin. Und die Zoe nimmt da auch noch mit. Zocker! Ja, da lasse ich mich doch nicht lumpen! Wenn er zu mir kommt, können wir ihn gleich töten. Also. Okay, never mind. Wir können ja auch gar keinen Fall töten. Also, was ist das denn für ein... Hä, der... Also, der ist unbesiegbar. Er ist legit un... Er ist legit... Ganz dringend Anti-Heal. Das ist ja absolut absurd. Auch noch tot. Guck dir das an. Lass mich doch bitte in Ruhe. Als ob der Cheats anhat. Ja, aber er hat legit Cheats an. Sein Alter hat ihn mittlerweile um 6200 geheilt. Ich hole mir jetzt Anti-Heal, Alter. Und wenn er nur tanky wäre, wäre es ja in Ordnung. Aber er macht halt auch noch so einen Schaden dabei. Ja, aber du brauchst auch Magic Pen, mein Freund, oder? Ja, das Ding ist... Ich töte halt einfach alles andere. Ja? Und dann? Ja, dann... Gingen wir zu fünft auf den Udia down. Ich kann ja nicht mit meiner Wave engage. Das kannst du vergessen. Boah. Mächtig. Mächtig. So geht's. Aaron 15, ne? Das ist einfach da hin und du schummst da. Ja. Oder wie hinten? Ja, der Udia läuft jetzt in drei Leute rein. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, ich weiß, was passieren wird. Das ist wirklich... Oh, wichtiger Knockout auf Graves. Der hat wirklich Cheats an. Kein Spaß. Das mit dem, wir töten den dann einfach zu fünft, läuft nicht so. Das Item hat den mittlerweile um 8700 geheilt. Noch geiler finde ich eigentlich fast, dass Fimble Winter ihn um 10.000 geschildet hat fast. Also ich brauche halt echt nur ein paar Schwungs. Ich bin tot, Phil. Oh nein. Ja. Oh, geiler Poke. Oh. Oh. Ich schwimm los. Udia ist am Machen. Oh nein. Und du bist dead. Oh, der Graves ist 1 HP. Nice. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Nice. Komm, 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 jawohl. Den Graves ist irgendwie weg, John. Er hat ihn gemacht. Das habe ich mir fast gedacht, Mann. Macht der Yasuo jetzt für einen TP? Was sollt er nicht tun? Oh, mein Gott, der Flash war wichtig. Kein Elder mehr. Oh, Banger Game, ey. Banger Game. Aber wie hat der Udi ja keinen Loot fallen lassen? Nein, Yasuo. Yasuo, what are you doing, broski? Wobei, du kannst eigentlich auch sterben. Für den Turret ist auch fein. Sag ich, ähm, Geist jetzt. Aber das wird kein Finish von euch beiden. Ich stelle schon mal Safety Shrooms auf. Machen wir die Safety Shrooms? Den Airbag ausfahren. Geht es noch weiter jetzt? Oder ist jetzt Ende? Wir killen hier gerade die Annie. Oh nein. Oh nein. Ich verpiss mich jetzt. Ich will die Safety Shroom Line da, Alter. Irgendwann paar Straßenlaternen. Den neuen Champion habe ich noch nicht gespielt. Nee, ich habe in einem Mal im Game gehabt, da sah der Arsch useless aus. Ist halt auch unfassbar schwierig, glaube ich, oder? Ich glaube, der ist fake schwierig. Boah, die sind ja gerade zu viert in einen Schwum reingelaut. 1000 Schaden mit einem Pilz. 1200 Damage. Ist das krass. Da sind natürlich leider alle Pilze weg, ne? Müsst du neue bauen hier. Ich habe jetzt auch noch Void ready. Also ich gehe erstmal Base. Oh. Ja, ja. Ist gut, ist gut. Down, down, down. Kill. Ist er drin? Boah, der Aatroop ist sehr drin. Aber geil drin. Okay. Fighting. Fighting. Ja, der Indem kommt gleich wieder. Ich sehe wieder nichts, ey. Also Tanki ist der gar nicht. Loser. Ja, wirklich. Tuckbär. Verdienter Sieg hier. Scheiß Wichsbär. Geil. Let's go. 1 zu 0 für Phil und Fini. Und der scheiß Gute Laune wäre da 0. Dem haben wir was gezeigt jetzt nochmal am Ende. Dem haben wir gezeigt, wo der Bär seinen Honig versteckt hat, ne? Ja. Geil, 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 geil. Plus 20 leckere Punktchen in meinem Maul. Der hat einfach mehr Schaden als du. Auf ins Nächste würde ich sagen, mein Freund. Der hat halt Most Damage. Das ist wirklich asozial, ne? Ohne ein Offensive Item. Das ist wirklich asozial. Das ist wirklich asozial.